Und ich darf jetzt die Feline Erdbauer ankündigen. Auch die macht schon sehr lange My Brain, My Choice eine sehr schöne... Ich muss euch nochmal im Auftrage der Polizei ganz kurz zusammenscheißen. Es wird zu viel gekifft, hat man mir gesagt. Alle, die eine Ausnahmegenehmigung, ein Rezept oder ähnliches haben, bitte da in dem Bereich, wenn die Polizei hier nochmal durchgeht und es riecht wieder so viel nach Kiffen, da müssen sie leider in ihrer Gangart etwas härter werden. Das ist ein freundlicher Hinweis, sag ich mal. Wie war das mit den Hemmungen? Sorry. Ich halte mich jetzt mal zurück, übergebe an die Feline Erdbauer von My Brain, My Choice. Herzlich willkommen. Hallo. Obwohl der erste Gesetzesentwurf zur Legalisierung noch dieses Jahr fertig werden soll, ist das mögliche Scheitern der Legalisierung wieder zum Thema geworden. Aber die größte Hürde ist nicht mehr eine ignorante Bundesregierung, sondern es sind Dinge wie das EU-Recht und die Konventionen der UN. Und dabei können wir uns aber an internationalen Beispielen orientieren. Kanada, Uruguay und Teile der USA sind bereits an den Konventionen der UN vorbeigekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus diesen Konventionen auszutreten oder sie als einzelner Staat oder Gruppe gleichgesinnte Staaten zu ändern. Das internationale Drogenverbot steht weltweit seitens demokratischer Staaten zunehmend in der Kritik. Die Regularien der EU-Ebene sind schwieriger zu übergehen, aber auch das ist nicht aussichtslos und die Bundesregierung ist dran. Jetzt denken wir, dass es in den nächsten Monaten, viele andere natürlich auch, aber wir rufen auch dazu auf, in den nächsten Monaten vor allem die wichtigen Details zu diskutieren, damit die Legalisierung bestmöglich gestaltet wird, wenn sie denn kommt. Und wir glauben daran, dass sie kommt. Wir sind optimistisch, aber wir müssen auch noch gewisse Dinge verbessern, damit die Legalisierung wirklich auch in unserem Sinne gestaltet werden kann. Wir geben euch unsere Einschätzung zu vier Aspekten mit, die wir besonders wichtig halten, denen wir mehr Diskussionen wünschen, kritische Diskussionen und mehr Öffentlichkeit, um diesen Druck zu erzeugen, dass sich das bessert. Das ist das Thema der Wiedergutmachung zum Cannabismarkt, zu THC-Obergrenzen und zu den Altersgrenzen. Geben wir euch unsere Einschätzung mit. Um Betroffene zu entschädigen und Menschenrechte wiederherzustellen, müssen die Vorstrafen im Zusammenhang mit Cannabis gelöscht werden. Laufende Verfahren müssen eingestellt werden. Für eine faire Legalisierung müssen die umfassenden Schäden, die Menschen wegen der Strafverfolgung erfahren haben, von Führerscheinentzug bis Traumatisierung durch Hausdurchsuchungen, ebenso wie die Geld- und Haftstrafen, wiedergutgemacht werden. Und das ist enorm, aber die Verfolgung von Cannabiskonsumentinnen war und ist ein kolossaler Fehler. Und das darf im Zuge der Legalisierung nicht ignoriert oder kleingehalten werden. Ohne einer intensiven und ernst gemeinten Auseinandersetzung mit den Schäden, die das Cannabis-Verbot individuell und gesellschaftlich verursacht hat, ist die Erarbeitung eines fairen und gerechten Cannabis-Gesetzes nicht möglich. Damit alle von der Legalisierung profitieren können, braucht es gleichwertige Chancen zur Teilnahme am neuen Cannabis-Markt. Die Politik darf es nicht möglich machen, dass der Markt von großen Unternehmen gekabert wird, ausschließlich von großen Unternehmen. Es muss für jede Person möglich sein, selbst Cannabis anzubauen, aber auch in den Markt als kleine Unternehmerin einzusteigen. Das Geschäft mit Cannabis darf nicht zum Privileg werden. Niemand darf zurückgelassen werden und schon gar nicht Communities und Menschen, die übermäßig von der Strafverfolgung betroffen waren und sind. Cannabis ist heutzutage durchschnittlich stärker als vor 50 Jahren. Deshalb hat Burkhard Blienert kürzlich die Debatte zu THC-Obergrenzen angestoßen. Allerdings ist der hohe THC-Gehalt eine Folge des Verbotes. Mit der zunehmenden Intensität der Strafverfolgung wurden die Drogen auf dem illegalen Markt auch stärker. Es wäre falsch, mit Hilfe von Obergrenzen einen ähnlichen Fehler wie bei dem Verbot zu begehen. Wenn es auf dem legalen Weg Cannabis nicht auch in seiner stärkeren Variante ergibt, wird man es sich auf dem illegalen Markt beschaffen. Der illegale Markt wird so nicht eingedämmt und hochpotentes Cannabis wird auf diesem Weg nicht sicherer. Experten aus der Zivilgesellschaft, wie wir es sind, und Politik müssen andere Ansätze als Obergrenzen nutzen, um für die Sicherheit von uns allen zu sorgen. International arbeiten Organisationen auch an Empfehlungen dafür, was man aus anderen Ländern lernen kann. Und geben die auch uns in Deutschland an die Hand, damit wir Dinge besser machen als in anderen Ländern. Und die Transform Drugs Foundation, die die Legalisierung international ausgewertet hat, schreibt, Risiken, die durch die Wirkstoffverteilung bedingt sein könnten, lassen sich durch die Überprüfung und Überwachung von Produkten eine deutlich erkennbare und exakte Etikettierung, einen verantwortungsvollen Verkauf und die Aufklärung über wirkstoffbedingte Risiken und verantwortungsvollen Konsum verringern. Dieses Maßnahmenpaket ist wahrscheinlich zielführender und mit weniger Problem verbunden, als der Versuch, willkürliche Wirkstoff-Obergrenzen festzulegen, insbesondere wenn diese zu niedrig angesetzt sind. Jugendliche müssen auch bei einer Cannabis-Legalisierung besonders geschützt werden. Egal ob Alkohol oder Gras, für Minderjährige kann der übermäßige Konsum besonders gefährlich sein. Deshalb steht fest, Cannabis wird für Menschen ab 18 Jahren legal verfügbar sein. Aber trotz seines Verbotes für Minderjährige werden Jugendliche weiter Joints, Pfeife und Bon rauchen. Gesetzliche Altersgrenzen halten nicht vom Interesse an Drogen ab. Schweizer Wissenschaftler haben kürzlich vorgeschlagen, Cannabis unter einer bestimmten THC-Obergrenze immerhin ab 16 Jahren kontrolliert abzugeben, um der Realität gerecht zu werden. Um also Jugendliche vor den gefährlichen Streckstoffen und intransparenten Wirkstoffanteilen und dem Kontakt zum illegalen Markt zu schützen, müssen wir unbedingt über niedrigere Altersgrenzen diskutieren. Nach nun fast 100 Jahren Cannabis-Verbot sind wir endlich an einem Wendepunkt angekommen. Die Cannabis-Legalisierung soll noch in dieser Legislaturperiode kommen. Wir wissen zwar noch nicht, wie die Legalisierung letztendlich im Detail aussehen wird, können aber davon ausgehen, dass die Legalisierung erst einmal nicht perfekt wird. Mit der Zeit können wir beobachten, lernen und nachjustieren, wo es nötig ist. Aber die Legalisierung kommt. Es ist dringend an der Zeit, dass Cannabis endlich legal wird. Und als My Brain, My Choice-Initiative werden wir uns in den nächsten Monaten für eine sozial gerechte Gestaltung der Cannabis-Gesetzgebung einsetzen und uns dabei auf die internationalen Lehren der bisherigen Legalisierung berufen. Und daneben bereiten wir für die öffentliche und politische Debatte bereits den nächsten großen Schritt zur drogenpolitischen Frieden vor. Das Thema der nächsten Bundestagswahl muss die Entkriminalisierung von allen Menschen, die illegale Drogen nehmen werden. Wir haben vor wenigen Wochen unseren Diskussionsvorschlag dazu veröffentlicht. Und zwar sind dies 13 Forderungen, die auch für Menschen ohne Erfahrung mit der Strafverfolgung nachvollziehbar machen, worum es uns eigentlich geht. Im Internet unter dem Link www.entkriminalisierung.info könnt ihr unsere neue Kampagne finden und unterstützen. Und ansonsten findet ihr alles über und von uns wie immer unter www.mybrainmychoice.de nachher auch mit Quellen zu der Rede. Vielen Dank. Vielen Dank.